Es ist unglaublich, aber Dienstagmittag und ich bin mit meiner Arbeitswoche eigentlich fertig. Ich habe mir zum Ziel gesetzt, diese Woche ein Video zu machen zu künstlicher Intelligenz und welche Auswirkungen es auf die Kreativität von uns hat. Und habe jetzt ein Video erstellt, komplett mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, das euch das Thema genau erklären wird. Wie habe ich es gemacht? Ich habe über ChatGPD mir den Text verfasst. Ich habe mir über Midjourney eine Avatarin erstellt, nach meinen Wünschen. Eine Griechin mit olivgrünen Augen, die aus dem Homeoffice am Meer zu uns spricht. Ich habe über Play.HD ihr dann eine Stimme verpasst und die auch noch ein bisschen moduliert. Und wenn ich einen Premium-Account hätte, könnte man da noch um einiges mehr rausholen. Ich habe dann über die Minus-ID das Ganze animiert und zum Leben erweckt. Und weil das Video so schön war, dachte ich mir, ein bisschen eine Hintergrundmusik wäre auch nicht schlecht. Und über AIVA habe ich dann eine Musik generieren lassen, die zu diesem Video passt. Das heißt, ja, aber liebe künstliche Intelligenz, hat es überhaupt einen Impact? Hat es Auswirkungen auf uns Menschen? Ja, uh, AI has a significant impact on human lives, both in positive and negative ways. On the positive side, AIE has transformed various aspects of our lives, such as improving medical diagnoses, enhancing transportation efficiency, and making our daily routines easier with voice assistants and other smart devices. AIE has also revolutionized industries like finance, manufacturing, and agriculture, making them more productive and sustainable. However, AIE also has some negative impacts on human lives, such as the potential loss of jobs due to automation, increased surveillance, and privacy concerns. There are also ethical considerations around the use of AI, such as the potential for bias and discrimination in decision-making algorithms, which can have real-world consequences for marginalized communities. Overall, while AI has the potential to improve many aspects of human life, it is crucial to consider its impact holistically and ensure that it is deployed responsibly and ethically to benefit society as a whole. This requires collaboration between technologists, policymakers, and society as a whole to ensure that the benefits of AI are maximized while minimizing its negative impacts. Thank you very much for having me. Thank you. Thank you. Vielen Dank.